Es gibt verschiedene Programme, mit denen du eine Architekturvisualisierung erstellen kannst. Darunter zählt zum Beispiel 3ds Max, Revit, Archicad und so weiter. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, habe ich den richtigen PC, um mit meinem Programm eine Architekturvisualisierung zu erstellen? Und genau diese Frage möchte ich dir jetzt beantworten. Alle dieser gerade genannten Programme kannst du auf einem Windows- oder einem Mac-Computer nutzen und gerade bei diesen Geräten ist der Markt sehr unübersichtlich. Wir haben große Preisschwankungen und deshalb möchte ich dir jetzt zeigen, worauf du bei deiner Hardware achten musst, damit du eine gute Preisleistung von deinem Gerät erhältst. In unserem Kurs lernst du, wie du eine professionelle Architekturvisualisierung erstellst und in unserem Kurs nutzen wir das Programm 3ds Max. Dieser Kurs ist aufgebaut in das Modellieren eines Interiors wie Exteriors sowie das Belichten der Szene und die Materialien. Und genau deshalb möchte ich jetzt etwas näher auf das Programm 3ds Max eingehen. 3ds Max hat sich einfach etabliert für die Architekturvisualisierung, gerade weil wir auch mit Corona Render arbeiten. Und Corona Render ist auch sehr anwenderfreundlich und 3ds Max genauso. Die erste wichtige Information zu 3ds Max ist, dass sie auf einem normalen Mac-System nicht läuft. 3ds Max ist gebunden an Windows, das ist aber gar kein Problem, denn auf jedem Mac kann ein Windows-System installiert werden. Bei den älteren Chipsätzen kann Bootcamp installiert werden und bei den neuen Generationen mit dem M1-Chip muss Parallels genutzt werden. Wir empfehlen trotzdem zu versuchen, immer eine Bootcamp zum Laufen zu bringen, da die einfach etwas stabiler läuft. Und dann gehen wir jetzt auch gleich auf die Systemanforderungen von 3ds Max ein. Grundsätzlich kann man sagen, wir brauchen eine Systemanforderung, die gegeben sein muss, damit das Programm überhaupt läuft. Und dafür kommen verschiedene Komponenten ins Spiel. Das ist einmal die CPU, das ist unser Chipsatz. Dann haben wir die Grafikkarte, den RAM, auch genannt Arbeitsspeicher, dann den Festplattenspeicherplatz und dann das Peripheriegerät für die Eingabe. Kommen wir erstmal zur CPU. Wir brauchen mindestens ein 64-Bit-Betriebssystem, ob Intel oder AMD ist egal. 64-Bit ist auf jeden Fall Voraussetzung. Ältere PCs haben vielleicht noch 32-Bit, ist aber mittlerweile eigentlich nicht mehr auf dem Markt wirklich verfügbar. Dann kommen wir zur Grafikkarte. Die Grafikkarte ist eher etwas unwichtiger. Bei der Grafikkarte geht es nur darum, dass alles gut dargestellt wird und flüssig läuft im Interface. Quasi das, was wir in unserem Programm sehen. Und dann haben wir bei dem Arbeitsspeicher, bei dem RAM noch eine Mindestanforderung von 4 GB, damit das Programm überhaupt startet. 8 GB sind aber eher empfohlen. Dann brauchst du noch einen Festplattenspeicherplatz von mindestens 9 GB, damit das Programm installiert werden kann. Und ganz, ganz wichtig ist das Peripheriegerät, das Zeigegerät, und zwar eine Maus mit drei Tasten. Das ist eine herkömmliche Maus, wie wir sie kennen. Das heißt, arbeiten mit einem Touchpad vom Laptop aus wäre etwas schwierig in 3ds Max. Deswegen sicherstellen, dass du eine externe Tastatur und eine externe Maus hast, mit Linksklick, Rechtsklick und dem Mausrad. Das Programm 3ds Max gibt es in vier verschiedenen Varianten, und zwar einmal als 30-Tage-Test-Version, als freie Studenten-Version, wenn du den Nachweis hast, dass du an einer Uni bist oder an einer Fachhochschule. Dann gibt es noch die Vollversion, die relativ teuer ist. Und parallel dazu gibt es noch die Indi-Version für Freiberufler, die achtmal günstiger ist als die Vollversion. Dann stellt sich natürlich die Frage, welchen Rechner nutze ich jetzt dafür? Und nutze ich einen Laptop oder nutze ich einen Desktop-PC? Und diese Frage kann man pauschal nicht beantworten. Das wirst du im Laufe dieses Videos auch sehen, warum. Wichtig dabei ist einfach, darauf zu achten, was sind unsere wichtigsten Komponenten. Und das sind zwei Komponenten der hier aufgezählten. Und das ist einmal die CPU und das ist einmal der Arbeitsspeicher. Ich werde dir jetzt auch zeigen, warum diese Komponenten so wichtig sind. Und zwar haben wir in unserer Szene eben ein Modell, das ist aus Polygonen gebaut. Und umso mehr Polygone wir in unserer Szene benutzen, umso mehr Arbeitsspeicher brauchen wir. Und die CPU wird rein durch das Rändern beansprucht. Ich werde jetzt einmal meinen Task Manager öffnen und dir zeigen, warum. Und zwar, wenn wir hier einmal auf die Leistung gehen im Task Manager, sehen wir, dass wir in meinem Gerät aktuell 64 GB Arbeitsspeicher verbaut haben. Das ist also der RAM und aktuell werden in der Szene 13 oder fast 14 GB davon genutzt. Wenn wir jetzt ein Objekt haben, das viele Polygone enthält, wie dieser Baum zum Beispiel, und diesen ganz oft kopieren, diesen Vorgang werde ich dir jetzt einmal zeigen, wir machen mal 30 Kopien davon, haben wir auch 30 mal so viele Polygone in unserer Szene. Und umso mehr Polygone wir haben, umso mehr RAM benötigen wir. Dieser Vorgang des Kopieren dauert jetzt etwas, weil das ein sehr aufwendiges Modell ist von diesem Baum. Bei diesem Baum wurde jedes Blatt modelliert. Und sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, werden wir in unserem Task Manager sehen, dass unser Arbeitsspeicher hochgeht. Und wir sehen es jetzt auch gleich hier. Er geht direkt hoch auf 27% und noch höher. Und genau deshalb ist unser Arbeitsspeicher wichtig. Gerade wenn wir große Szenen haben, brauchen wir einfach mehr Arbeitsspeicher in unserer Maschine. Grundvoraussetzungen waren 4 GB. Wenn wir dann aber anfangen zu modellieren, kommt 3ds Max schnell an unsere Grenzen. Und das Modellieren dauert auch viel, viel länger. Und es kann auch mal sein, dass 3ds Max zum Beispiel abstürzt, wie bei mir eben. Und jetzt haben wir hier diese Bäume kopiert und sehen auch schon, dass dieser Arbeitsvorgang sehr, sehr aufwendig für 3ds Max ist. Das heißt, unser Rahmen ist einfach wichtig, damit der auch nie an die 100%-Marke kommt, dass wir ordentlich modellieren können. Sollte der Arbeitsspeicher bei dir aber an die 100%-Grenze kommen, ist das kein Problem. Das verringert nicht die Qualität unseres Renderings. Das hat dann nur Auswirkungen auf unseren Datenträger, auf dem das Programm installiert ist. Sobald der Arbeitsspeicher sich auf 100% befindet, wird das, was das Programm noch braucht, auf deine Festplatte ausgelagert. Ich werde den Vorgang der kopierten Bäume jetzt einmal rückgängig machen, um mir wieder etwas Arbeitsspeicher zu sparen. Und jetzt schauen wir uns einmal die CPU an. Und die CPU läuft aktuell auf 32% Auslastung. Das ist völlig okay. Und sobald wir jetzt aber hier unsere Visualisierung starten, wirst du sehen, dass unsere CPU drastisch hochgeht. Denn beim Rendern verbraucht das Programm immer eine Auslastung von 100% bei der CPU. Das hat dann nichts mit der Qualität zu tun. Die Qualität ist immer gleichbleibend. Aber sobald wir eben bei RAM an die 100%-Grenze kommen, kann es einfach sein, dass das Rendering länger dauert. Ich öffne jetzt hier also einmal mein Rendering. Und du wirst auch gleich sehen, dass die CPU jetzt wirklich zu 100% nach oben gehen wird. Das macht deiner Hardware auch nichts aus. Die CPU hält das aus. Dann öffnen wir nochmal den Task Manager. Du siehst, das Rendering läuft. Und jetzt geht die CPU direkt auf 100% hoch. Der kann auch mal nächteweise so durchlaufen. Das macht dem Rechner nichts aus. Das heißt, welche Hardware in deinem Rechner steckt, ist wichtig. Was für ein Rechner das ist, ist prinzipiell egal. Ob diese Hardware in einem Laptop steckt oder in einem Desktop-PC. Natürlich kann man sagen, dass ein Desktop-PC mehr Platz hat und hier größere Komponenten verbaut werden können. Und dadurch können wir immer höher gehen. In erster Linie ist für uns wirklich der RAM am wichtigsten, damit wir komfortabel arbeiten können. Und dafür habe ich dir einmal eine Grafik ausgearbeitet, die ich dir gern zeigen möchte. Und zwar geht es hier darum, welcher Rechner eignet sich für welche Visualisierung. Wenn du einen Rechner mit 8 GB hast, das tatsächlich in unserem Kurs auch 30% der Kursteilnehmer der Fall ist, kannst du entweder eine etwas größere Szene darstellen mit weniger Details. Denn wir müssen schauen, dass wir nicht zu viele Polygone in der Szene verbauen. Oder du machst eine detaillierte Szene, dafür einen etwas kleineren Raum, dass wir hier einfach einen ausgewogenen Wert an Polygonen haben. Wenn du einen Rechner mit 16 GB hast, kannst du schon auf eine etwas kompliziertere Szene gehen. 16 GB ist momentan oder heutzutage der normal verbaute Speicherplatz in einem Rechner. 50% unserer Kursteilnehmer haben auch dementsprechend 16 GB RAM. Und dann kommen wir noch zu 24 GB und mehr. Das geht hoch bis zu 128 GB. Wäre natürlich extrem teuer. Und wir schauen, dass wir einen wirtschaftlichen Rechner herausfinden, der preisleistungstechnisch passt. Und wenn du 24 GB und mehr hast, kannst du sehr komplexe Szenen machen. Gerade im Exterior-Bereich ist das dann natürlich förderlich. Solltest du schon einmal mit 3ds Max und Corona Render gearbeitet haben und solltest schon einmal diese Fehlermeldung gesehen haben, warnt dich Corona Render einfach nur davor, dass du 100% RAM in Auslastung hast und dass mehr von deiner Festplatte beansprucht wird. Das heißt, hier wird nicht die Qualität des Renderings verringert, sondern das Rendering wird einfach nur verlangsamt. Das heißt, wenn du eine schnellere Renderzeit haben möchtest, solltest du schauen, dass du eventuell deinen Arbeitsspeicher nachrüsten lässt. Das kannst du auch bei dem IT-Fachmann deines Vertrauens machen. Die kennen sich dabei aus. Und einen RAM zu erweitern ist eine relativ simple und kostengünstige Option. In unserem Architektur-Visualisierungskurs geben wir dir noch mehr Informationen zu der Hardware, was du am besten nutzt und wie du vorgehst, wie du deine Szene optimierst, dass du deinen RAM nicht zur Auslastung bringst und dass du vernünftig und ordentlich arbeiten kannst, sowie ein gutes Ergebnis mit einer schnellen Renderzeit zu erzielen. Welchen PC brauchst du jetzt also dazu? Wie gesagt, pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt auf dem Markt sehr viele verschiedene PCs und der Markt entwickelt sich auch ständig weiter. Und genau deswegen schauen wir uns diese Hardware-Komponenten wie CPU und RAM an, denn das sind für uns die wichtigsten. Und nach diesen Werten werden wir jetzt einen Rechner raussuchen, der vielleicht genau zu dir passt. Dazu gehen wir einfach einmal auf Amazon und gehen einmal auf die Elektrogeräte und schauen bei den PCs, was uns denn hier angeboten wird. Elektronik und Computer und jetzt schauen wir uns erstmal Laptops an. Laptops sind natürlich bequem zum Arbeiten, wir können von überall aus arbeiten und wir bekommen jetzt hier schon mal eine Vorschau, was es denn auf dem Markt gibt. Es gibt sehr günstige Produkte. Ob die jetzt für uns geeignet sind, werden wir gleich sehen. Schauen wir also mal, dass wir ein Windows-System zum Beispiel nutzen und dafür suchen wir uns einen Chipsatz von Intel oder AMD raus. Es gibt verschiedene Intel- und AMD-Prozessoren. Das geht von einem i3, i5, i7 bis zu einem i9 und bei AMD sind es die Ryzen 3, Ryzen 7 und Ryzen 5. Umso höher die Zahl, umso neuer der Prozessor und umso mehr Power hat er. Das ist quasi ein Richtwert. Und da wir jetzt aktuell keinen Mac nutzen möchten, sondern ein Windows-System, gehen wir bei dem Prozessor gleich auf AMD und auf Intel, aktivieren das einmal und dann bekommen wir auch nur noch Windows-PCs vorgeschlagen. Auch hier haben wir jetzt wieder relativ günstige Objekte und wenn wir uns hier einmal einen anschauen, für zum Beispiel 530 Euro, sieht das natürlich ganz gut aus, ist kostengünstig und jetzt schauen wir doch einfach mal, was in diesem Produkt drin steckt. Hier können wir gleich in der Produktbeschreibung rauslesen, wie viel RAM der hat. Dieser hat 8 GB RAM und er hat einen Chipsatz, eine CPU von Intel, einen i3. Das heißt, das wäre nicht unbedingt förderlich für eine hochwertige Architekturvisualisierung. Das Gute ist, wir können jetzt anfangen zu konfigurieren, was in unserem PC denn drin stecken möchte, wenn du weißt, wie aufwendig deine Szenen werden und wie viel Power du brauchst. Das heißt, du hast einmal AMD und Intel angewählt und jetzt wollen wir zum Beispiel einen Rechner nicht mit 8 GB Arbeitsspeicher haben, sondern mit 16 GB Arbeitsspeicher und jetzt steigen wir auch schon im Preis, denn Hardware ist natürlich auch teuer, umso höher wir von der Leistung gehen. Dann können wir parallel dazu zum Beispiel noch einen speziellen Prozessor auswählen, zum Beispiel einen AMD Ryzen 9 und dann sind wir schon deutlich höher bei der Konfiguration und auch beim Preis. Das wäre aber definitiv ein Setup, mit dem man gut arbeiten kann. Ich werde jetzt mal von AMD auf einen Intel Prozessor wechseln. Grundsätzlich kann man sagen, ob AMD oder Intel ist relativ egal. Bei einem Notebook oder Laptop wäre ein Intel Prozessor förderlicher. Deswegen suchen wir uns jetzt mal einen i7 Prozessor raus und haben jetzt hier Produkte um die 1000 bis 2000 Euro. Jetzt müssen wir darauf achten, dass wir das richtige Notebook raussuchen und hier gibt es nochmal Feinheiten und das hat mit der CPU, mit dem Chipsatz zu tun. Wenn wir uns einmal hier diesen Dell G15 anschauen, sehen wir hier gleich in der Produktbeschreibung, wir haben einen i7, das passt soweit. Was für uns jetzt aber noch wichtig ist, sind die hinteren Werte und vor allem dieser Großbuchstabe hinter der Prozessorbeschreibung. Dazu gibt es auch einen Artikel von Intel und das ist der Subfix bei dem Prozessor. Hier gibt es eine geschaffelte Hierarchie und dieser Subfix sagt uns, welche Art von CPU denn hier verbaut ist. Das H ist definitiv zu empfehlen, denn H steht für High Performance und sollte hier einer der anderen Buchstaben stehen, kann es sein, dass der Prozessor etwas niedriger getaktet ist. Das heißt, das H ist definitiv zu empfehlen und das hier wäre ein absolut gutes Produkt. Wir haben hier noch eine Grafikkarte drin, eine RTX 3060, ist ein relativ neues Modell, hier kann man nichts falsch machen, das wäre jetzt ein Rechner für grob 1350 Euro, mit dem du von überall aus gute Visualisierungen erstellen kannst. Wenn du natürlich etwas höher gehen möchtest, schauen wir mal an, was wir mit dem RAM machen könnten, denn der Prozessor an sich ist gut und dann schauen wir uns mal an, ob es Laptops mit 32 GB RAM gibt. Und hier bewegen wir uns preislich tatsächlich in einem ähnlichen Bereich, müssen jetzt aber wieder schauen, welches Produkt für dich passend wäre. Dieser Prozessor wäre zum Beispiel nichts. Wir haben hier das U stehen. Du kannst im Index bei Intel auch gern nachlesen, wofür dieses U steht. Wir schauen immer, dass wir einen Prozessor für einen Laptop mit einem H dahinter haben. Das hier wäre ein sehr passender Laptop mit 32 GB Speicher, einer ordentlichen Grafikkarte und einer ordentlichen CPU. Und hier liegen wir preislich dann gleich schon etwas höher. Das heißt, du kannst jetzt anhand dieser Werte einen PC konfigurieren, der zu dir passt. Wenn du dir jetzt aber einen Rechner anschaffen möchtest, der in deinem Büro steht, einen Desktop-Rechner und in dem du noch mehr Power verarbeiten möchtest, dann gehen wir hier Richtung Custom PC. Das heißt, das ist ein PC, der für dich zusammengebaut wird und du kannst dir die Komponenten raussuchen. Und diesen PC kannst du dir auf einer Seite wie zum Beispiel Alternate konfigurieren. Gehst einmal auf die Seite und hier oben gibt es den PC-Konfigurator. Und hier können wir jetzt nochmal ganz speziell angeben, was möchten wir denn haben. Und zwar suchen wir eine CPU, wir suchen eine GPU und wir suchen nach einem Arbeitsspeicher. Und dann richtet sich das natürlich auch an dein Budget. Fangen wir mit der CPU an. Wir können jetzt hier anfangen zu sortieren. Möchten wir den beliebtesten nach oben haben. Wir können verschiedene Filter einstellen. Wir können natürlich den Preis auf und absteigend einstellen. Fangen wir einfach also einmal an mit dem aufsteigenden Preis. Das heißt, das günstigste Produkt wird oben angezeigt und das liegt bei 71 Euro. Bei diesem Chipsatz erkennt man jetzt aber an diesem T hinter der Produktbezeichnung auch gleich, dass das ein Chipsatz für einen Laptop ist. Das heißt, der fällt schon mal raus. Das erkennt man auch an dem Bild. Die Chipsätze, die von vorne gezeigt werden, sind immer für Prozessoren und die in einer Box dargestellt werden, sind meistens für PCs. Das günstigste Produkt auszuwählen ist meistens nicht wirklich schlau. Deswegen würde ich empfehlen, die Einstellung auf beliebt zu setzen. Und hier hat man ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir hätten hier zum Beispiel jetzt einen AMD-Prozessor. AMD-Prozessoren sind etwas günstiger als Intel-Prozessoren und sind gerade in Desktop-PCs sehr beliebt und die kann ich auch sehr empfehlen. Dieser Ryzen 9 liegt jetzt also bei 500 Euro und dieser Ryzen 9 ist auch sehr gut geeignet für das Visualisieren. Und wenn du dir nicht sicher bist bei dem Prozessor, dann gibt es von Corona Renderer eine Benchmark-Funktion. Das heißt, du kannst einmal auf die Seite von Corona Renderer gehen und hier gibt es zwei verschiedene Sachen. Einmal kannst du dir ein Benchmark-Tool runterladen, das deinen aktuellen PC kalkuliert und berechnet und dir anzeigt, wie viel Power du hast. Und dann gibt es noch die User Results und hier könntest du dir, wenn du eine neue CPU raussuchst, die CPU eingeben und schauen, in welchem Wert die sich bewegt und ob die für dich passend ist. Wenn du das Corona Benchmark-Tool einmal öffnest, kannst du deine aktuelle CPU testen und hier einmal auf Renderen klicken. Jetzt wird eine Demoszene durchgerendert und anhand der Renderzeit können wir dann kalkulieren, ob unser Rechner geeignet ist oder nicht. Grundsätzlich kann man sagen, alles, was sich über eine Renderzeit bei diesem Benchmark von drei Minuten befindet, ist nicht wirklich geeignet. Alles, was sich zwischen zwei und drei Minuten befindet, ist ein absolut gutes Mittelfeld und alles, was sich unter zwei Minuten befindet, ist schon ein sehr hochwertiger PC. Natürlich auch schnelle Renderzeit, aber dann auch wieder mit Mehrkosten verbunden. Ich lasse den Benchmark jetzt mal einmal im Hintergrund laufen und wir schauen, wie lange er dauert. Und jetzt können wir hier auf den User Results eben schauen, welche CPU eignet sich. Natürlich finden wir ganz oben die absoluten Top-Maschinen, die nur neun Sekunden für diese Visualisierung gebraucht haben. Das sind aber Prozessoren, die enorm teuer sind. Die teilweise auch übertaktet wurden. Und deshalb suchen wir jetzt hier einfach mal den Prozessor, den wir uns herausgesucht haben. Das ist ein Ryzen 9 5900X. Es reicht, wenn wir die Produktbezeichnung 5900X eingeben. Gehen hier in die Find CPU. Geben 5900X ein. Klicken auf Suchen. Und schauen uns jetzt mal an, welche Ergebnisse wir hier im Mittelfeld haben. Wir orientieren uns nicht immer an den obersten Ergebnissen, denn hier haben wir meistens übertaktete Rechner. Wir wollen das Mittelfeld, einen Standardwert haben. Und hier sieht man gleich, wir bewegen uns hier zwischen 51 und 52 Sekunden. Das heißt, das wäre Preis-Leistung schon ein Top-Produkt. Dieser Prozessor würde 500 Euro kosten. Wir haben eine Renderzeit unter zwei Minuten und richtig viel Power für gutes Geld in unserer Maschine. Wenn ich dazu jetzt mal im Vergleich meinen Task Manager öffne, kann ich mir anschauen, welchen Prozessor ich aktuell verbaut habe. Ich habe eine etwas ältere Generation, ein Ryzen 7800X. Und unser Benchmark läuft, glaube ich, immer noch. Das heißt, wir sind schon bei zwei Minuten. Bald wird das Rendering aber fertig sein und wir werden zwischen zwei und drei Minuten bei diesem Benchmark landen. Das heißt, in Kombination mit dieser Benchmark-List zum Faktor der Zeit, wie lange die CPU brauchen würde, kannst du dir deinen Rechner konfigurieren, je nachdem, wie viel Budget du hast. Locken wir also einmal den Ryzen 9 5900X ein. Dann klicken wir hier einmal drauf, klicken auf Hinzufügen, landen wieder in der Übersicht und jetzt brauchen wir noch unseren Arbeitsspeicher. Beim Arbeitsspeicher, wie schon erklärt, ist es wichtig, dass wir uns im Bereich von 16 GB befinden. Ich habe die Sortierung jetzt einfach mal auf Beliebt gelassen. Das heißt, die beliebtesten Produkte sind weiter oben und wir befinden uns hier bei einem preislichen Rahmen zwischen 100 und 200 Euro. Und wir sehen auch gleich, wir haben hier 32 GB, wir haben 16 GB und verschiedene Produkte. Natürlich können wir das noch etwas genauer filtern, wenn wir sagen, wir wollen eine gewisse Marke. Hier bieten sich Corsair und G-Skill auf jeden Fall an. Das sind sehr bekannte und sehr stabile Produkte. Und dann können wir noch weitere Einstellungen einstellen, wie zum Beispiel, wir möchten 32 GB in unserem PC verbauen, klicken jetzt auf Filtern und dann bekommen wir hier gleich neue Produkte, die sich preislich in einem Rahmen von 150 Euro ungefähr bewegen. Natürlich können wir jetzt auch den Filter umstellen auf 64 GB. Ich wäre jetzt mit 32 GB zufrieden. Hier haben wir zum Beispiel einen Corsair mit 32 GB. DDR4 ist der aktuelle Standard, der kostet 133 Euro. Und hier gibt es nochmal eine kleine Feinheit. Wir haben hier quasi das gleiche Produkt, auch an den Corsair mit 32 GB und DDR4. Der kostet aber gleich 10 Euro mehr und das hängt damit zusammen, dass er LED mit verbaut hat. Jetzt ist natürlich die persönliche Frage, möchte ich 10 Euro mehr für LED ausgeben oder nicht? In dem Fall bräuchten wir es für eine Arbeitsmaschine wahrscheinlich nicht. Wir könnten jetzt hier einmal den Corsair mit 32 GB einloggen, fügen den hinzu, landen wieder bei unserer Übersicht und müssten dann noch weitere Komponenten eingeben, wie zum Beispiel die Grafikkarte. Und auch hier können wir auf die beliebten gehen. Ein absolut markanter Grafikhersteller und Vorreiter auf dem Markt ist Nvidia. Und den würde ich dann auch gleich empfehlen mit auszuwählen. Stehen aber auch meistens ganz oben. Und bei der Grafikkarte gibt es verschiedene Staffelungen. Bei Nvidia ist es so, die aktuelle Serie heißt RTX und die ist gestaffelt durch die letzten zwei Ziffern. Es gibt eine RTX 2060, 2080 und so weiter. Es geht immer höher und umso höher, umso teurer wird die auch und umso höher, umso besser ist die auch. Nachdem wir jetzt aber nicht unbedingt eine Grafikbelastung haben in 3DS Max, können wir hier auf ein tatsächlich mittleres und günstiges Produkt gehen und sortieren einfach mal nach dem Hersteller. Asus zum Beispiel, Grafikkartenklasse, wollen wir eine Nvidia RTX, in Klammern Gaming. Ist aber absolut zu empfehlen und Grafikkarten sind leider relativ teuer. Und hier sehen wir dann schon eine Asus GeForce RTX 3060. Hier sieht sogar die 3 vorne, das heißt es ist nochmal eine Generation höher. Ist aber preislich mit 780 Euro definitiv zu empfehlen. Die können wir auch hernehmen. Und wenn sie lieferbar wäre, könnten wir sie auch gleich noch in unserer Konfiguration mit einloggen. Und dann, wenn du den PC selber baust, bräuchtest du natürlich noch die restlichen Komponenten. Wenn du aber weißt, welche Komponenten du verbaut haben möchtest und lässt diesen PC von einer Person zusammenbauen, kannst du dir hier schon mal die Komponenten raussuchen. Und der Rest wie Mainboard, Lüfter, Gehäuse und Festplatte kommt dann nochmal oben drauf. Wir schauen jetzt mal, dass wir noch eine Grafikkarte mit reinkonfiguriert bekommen, dass wir ungefähr einen preislichen Richtwert haben. Wir können hier auch einfach auf Nvidia zum Beispiel 2060 gehen. Die liegt bei 750 Euro. Die ist auf Lager. Okay, hinzufügen. Und jetzt können wir gleich in unserer PC-Konfiguration sehen, was wir uns alles rausgesucht haben. Klicken einmal auf Abschließen und sehen dann, was unsere Komponenten zusammen kosten würden. Das heißt, diese drei Komponenten liegen bei 1400 Euro. Das wäre aber schon ein sehr guter Rechner, mit dem man problemlos arbeiten kann. Und alles andere, was noch dazu kommt, wie Gehäuse, Mainboard, Lüfter, Festplatten, kann man dann nochmal grob 1000 Euro obendrauf rechnen. Sagen wir zwischen 800 und 1000 Euro. Das heißt, wir wissen, unser PC müsste am Ende zwischen 2000 und 2400 Euro liegen. Zum Abschluss werden wir jetzt nochmal den Benchmark checken, der bei mir gelaufen ist. Und wir sehen hier unten eine Renderzeit von 2 Minuten 30. Das heißt, wir bewegen uns mit meiner sogar alten CPU aus der siebten Generation von AMD immer noch im Mittelwert. Und hier können wir dann eine aufwendige Szene ungefähr in einer Stunde durchrendern. Und das ist eine wirklich gute Renderzeit. Nochmal als Reminder. Es ist mit der Technik einfach so, dass sie sich stetig weiterentwickelt. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, welcher Rechner gut ist. Am besten ist es, wenn du dir für dich in Kombination mit deinem Budget festlegst, wie viel möchte ich denn ausgeben für meinen Rechner? Möchte ich einen Desktop-PC haben oder möchte ich einen Laptop haben? Und welches Produkt passt am besten zu mir? Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du mal auf unserer Homepage vorbeischaust, dir mal unser Schulungssystem anschaust, dass du auch mal auf unserem YouTube-Kanal nochmal vorbeischaust. Am besten auch liken und subscriben. Ich freue mich, wenn ihr abonniert und ihr könnt auch gerne einmal auf unserem Instagram-Channel vorbeischauen. Hier haben wir immer die aktuellen Projekte unserer Kursteilnehmer hochgeladen, was unsere Kursteilnehmer nach dem Sieben-Wochen-Kurs denn alles geschafft haben und was deren Endergebnisse waren. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, es hat dich auch etwas weitergebracht und deine Fragen beantwortet. Solltest du noch weitere Fragen haben, schreib es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial.